Mit dem Scanner, hier rufe ich jetzt auf. Der Barcode ist jetzt hinterlegt, welche Bearbeitung das zu tun macht. Hier bin ich jetzt im Programm Belegung. Die Spannzange sparen jetzt die entsprechende Dicke ein. Immer 2 mm größer. Das herrschte Dicke, grüne Zäule bedeutet, ist belegt. Wer die Belegung ist aufruhen, die andere ist grün. Noch einmal kurz drauf drücken, dann gibt es ein Pfeifen und die Zangen fahren her. Jetzt vorne am Anschlag. Der Bremsschnehl ist aufruhen. Mit dem Scanner und dem Sack. Dann kann ich noch sagen, dass der Boden ist. Und der Boden ist aufruhen. Und der Boden ist aufruhen. Das ist die Stimme. Und das ist die Stimme. Die Stimme. Genau. Ab morgen unter immer einem Fräser in die Hauptsendung laufen. Ohne Bläser, also eine Stühle, eine Stühle, eine Stühle, eine Stühle. Untertitelung des ZDF, 2020